Bei uns steht Tom Lindner, der deutsche Juniorenmeister, heute bestplatzierter Fahrer im Juniorenrennen, ungefähr dreister Platz. Tom, wie war dein Rennen? Bist du zufrieden? Nein, ich bin eigentlich gar nicht zufrieden. Wie gesagt, ich hatte in der letzten Woche noch ein hartes Trainingslager und meine Beine waren heute einfach noch gar nicht gut. Und ich hoffe, nächste Woche zur WM sind sie besser. Du bist ja schon mehrfach bei hochklassigen Rennen in die Top Ten gefahren, heute ungefähr dreißigster, bist du wahrscheinlich nicht zufrieden. Welche Reifen bist du gefahren? Wie war dein Start? Erzähl mal ein bisschen was übers Rennen. Mein Start war eigentlich ganz gut. Ich bin vielleicht so als fünfter, sechster ins Gelände gegangen. Und dann ab der zweiten Runde war einfach kein Druck mehr da von den Beinen und dann ging es einfach nicht mehr so gut. Und von Reifen her bin ich Babylimus gefahren, Challenge. Und das war eigentlich ganz gut. Was ist heute Abend geplant? Heute Abend ist die Heimfahrt nach Hause geplant. Wir haben 750 Kilometer nach Hause. Und ich sehe, sind auch noch andere Leute da von dir? Wer ist alles da? Mein Trainer, Jens Schwedler ist da. Mein Vater und sonst noch ein paar vom BDR, also der Bundestrainer. Wie läuft das so bei den Rennen? Es geht natürlich nur mit ganz viel Einsatz vom Team und Familie. Wie ist das so? Unterstützung vom Verband und wie viel Prozent muss man selbst machen? Die Unterkunft und alles wird immer vom BDR, also vom Verband, gezahlt und auch organisiert. Und die Anfahrt muss man immer selbst organisieren. Was hast du dir für die WM in Falkenburg vorgenommen? Eine Top-Ten-Platzierung. Vielen Dank. Erzähl mal etwas über dein Training. Wie hast du dich vorbereitet? Ja, ich hatte die Woche, also wir waren auf Mallorca nochmal und wir hatten viel Intervall-Training und Grundlagentraining gefahren. Okay. Was gab es zum Frühstück heute Morgen? Was spezielles oder Business-Ass-Ushel? Nein, Hafer-Schleim. Okay, cool. Warst du zufrieden mit deinem Rad? Mit meinem Rad auf jeden Fall. Da ist Stevens top. Okay, alles klar. Super, vielen Dank. Vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche.